so heute probiere ich mal haribo rainbow gummies vom geruch medium von der konsistenz auf jeden fall nicht ganz so weich ja richtig rainbow mäßig alles die gleichen also es gibt nur eine sorte quasi ja was soll man dann groß sagen sie schmecken auf jeden fall nicht übel schmecken ganz gut eine solide nummer ist aber jetzt nicht ganz so besonderes wie gesagt nicht schlecht aber auch nicht gut denke mal wenn es die nur in so einer großen packen geben würde würde ich sie nicht noch mal kaufen also macht's gut schreibt mir gerne kommentare falls ihr mal selber probiert habt und wo man die kaufen kann